Wir gehen gerade nicht Du fährst das jetzt voll unter Alpoe Was? Du fährst das jetzt voll unter Alpoe Ich fühl mich auch so mit dem Scheißteil Hä? Also ich find hier gerade gar nix in dem Buch dass man irgendwie ne Flasche machen kann Wie kann ich denn hier wieder aufsteigen? Weil ich geh mal was raus Wie kann man denn Pfeile machen? Also man kann Fallen bauen Kleintierfallen kann man bauen Ich hab ne C4 Ladung Alter Ich hab keine Ahnung woher ich die hab Wo hast du das Golfauto jetzt abgestellt? Hier beim Auto, äh beim Flugzeug Ach da, im Flugzeug Hä? Gibt's hier auch Schildkröten, Alter? Ja Da kannst du nachher so Trinkdinger machen Wenn das regnet kann, dann fängt das das Regenwasser auf Ah ok Du darfst nicht von Normal Forest jetzt auf hier schließen Also bei Forest ist das so Hm Aber vielleicht ist das hier ja auch Oh ich kann hier ein Buch gucken Ich fahr grad mit Sascha durch die Beine Sag ein Bruder, ich fahr uns durch die Gegend Achso ja warte, wie geht denn das? Ich hab mich hinten drauf gechillt Alle drauf? Ja Außer Kärbel Äh der kann laufen ist mir egal Lass mein Haar so glatt fahren So Lebt ihr noch oder ist der tot? Der ist tot Ich mach den, warte, ich nehm den aus Wie kann ich dann absteigen mit Gena? Hä ne, doch Oh ja Golfkart hat ein Eigenleben Ja hinten ist ein Bambi Das fliegt grad weg Ich seh das schon Ok, ich hab äh Fleisch eingesammelt, ich sitz wieder Jetzt noch eins Jetzt noch eins Ja hier ist doch ein komisches Fahrgeräusch hier Hey ich hab grad gar keinen Ton Ich auch nicht Ich hab nur, ich hab nur ein ganz leichtes Da war Wasser Ich bin durch Wasser gefahren Ich glaub ich bin abgestiegen Warum suchst du das? Ne bin ich nicht, aber ich bin nicht als einzige abgestiegen Selle ist auch runter Aber hier kann man nicht trinken Ich bin runtergefallen, ja Also ich sitz doch im Auto Dann sind wir runtergefallen, weil du denkst Also wir brauchen auf jeden Fall mal eine gute Trinkquelle Also ich bin fast der Meinung, dass man hier Flaschen machen konnte Ich weiß nur nicht wie Müsste man mal gucken Also ich bin dafür, wir gucken erstmal Jetzt weiter um, weil Flaschen kommen ja erst viel später Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall Wasser Guck mal, hier ist ja immer ein Baum gebunden Oh, oh den will ich Warte, ich will ihm Hallo sagen So was sagen, wir steigen mal raus Sag mal Hallo Hallo, oh 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 mein Gott, das war so dumm von mir Alter, hier ist ein Lager Ich werd geschlagen Leute, ich bin tot Ich hab den Wurstkopf erstmal angefackelt Ich bin tot Wir sind hier direkt bei einem Lager Äh, das ist sogar kein böses Lager Oh mein Gott Auah, 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 auah Ich bin zwei Schritte gelaufen tot Mach doch nicht so Mach ein Junge, Alter. Stimme, ich bin schon wieder tot. Ich bin tot. Oh Mann, ey. Oh nein, ich war noch gar nicht tot. Jetzt bin ich aber tot. Leute. Oh Mann, ey. Das macht richtig Spaß. Oh, oh. Ich komm gleich sofort wieder. Drück kein E. Mach das, ich bin mal da zu. Jetzt können wir alle E drücken. Okay. Ich bin mal da wieder zuzumachen, wenn ich das scheiß Pillen. Ich glaub, ich brauch mir mal ne Pill auf 1 oder so. Ach, das wär so toll, wenn ich das machen könnte. Ich soll mir das Messer vom Boden aufheben, zieh's aber aus der Hosentasche. Mhm. Okay. Das Gute ist, man hat eigentlich immer Glück, wenn sie dich dann einmal hier richtig alle gekillt haben und man eh drückt, dass das Lager leer ist, ne? Äh, nö, hier ist einer, der betet gerade. Ja, lass ihn beten. Ich mach aber jetzt mal eben ganz kurz hier. Hopp, some pills. Äh, auf die 1, bitte. Ich muss zuerst meinen Rucksack holen. Wo? Ich weiß nicht, wo mein Rucksack hat. Also den einen, den die so einen roten Pilz besser nicht essen, das ist ungesund. Ne, das ist ein Fliegenpilz. Ernt man doch. Hallo. Ich geh jetzt erst mal. Du Mann mit der Sichel. Nein, du bist tot. Schweig still. Ich hab gesagt, schweig still. Ich guck mir das an, wie ihr das macht. Ich hab einen Stuhl und setz mich hier hin. Aua, nein, warte, warte, ich geh wieder runter. Nicht mit dem Speer auf mich zeigen. Nein, ich hab das nur ausgerüstet. Du hast auf meinem Arsch gesessen, Alter. Ja. Nein, das, die Sitzfläche ist ein Arsch. Ja. Ein Arsch zu einem Arsch. Warum liegen hier so viele Seile? Achso, weil wir keine mehr nehmen können. Perfekt. Da würde ich bloß hängen, da kommt noch einer von den Freunden hier. Maga, er gibt mir eine Schelle. Ich könnte eine Auferstehung gebrauchen. Da sind zwei noch. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, sich hier mit dem wieder anzulegen. Ja, das macht Sinn. So doll wie die zuschlagen, so wenig halten die auch aus, tatsächlich. Oh my God. Yes. Ein Zyklop, da rennt Kevin hinterher. Wir müssen Kevin retten. Ich bin durstig. Können wir sie nicht selber retten, Mann. Sieht aber auch komisch aus. Ach, das ist eine Frau. Oh. Sie ist aber fett. Sie hat ganz, ganz dicke, dicke Titten. Dicke, dicke Titten. Die hat sie. Da kommt der rote Mann. Was ist sie denn, Alter? Die Glock, das weiß sie selber noch nicht. In die Möpse. Ich bin tot. Tot. Hä? Nein, doch nicht. Schade. Aber die Hörter. Au, ich bin tot. Das könnte mein Fehler gewesen sein, Schatzi. Sorry. So, alles gut. Ich bin schon wieder tot. Ich konnte nicht mal weglaufen. Aber die Frauen hier kommen, Schenko, zu helfen, ne? Du bleibst liegen. Du bist tot. Ich hab hier mich weggedeckelt. Hör, was ist das Ende für einer? Oh, das ist der Mann. Von, von, von Titten-Else. Junge, der macht aber auch nicht Bodycheck. Ihr müsst schnell weglaufen, wenn ihr wieder aufsteht. Ja. Der kommt angerammt und taggert euch so weg. Ich geh einfach ins Wasser. Ja, fett so. Mal kurz ein Medis drücken. Ein Alke. Mix ist ein Alke in Ruhe. Man hat aber auch wirklich noch keine starke Waffe oder so, ne? Oh, ich hab ihn in den Arsch gestochen. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Och Mann, ey. Würdest du nicht einfach weggehen hier? Jetzt aber das Camp gleich leer. Was tut ich denn leer? Ne, der rote ist noch da. Ne, der läuft gerade weg. Ne, jetzt ist er weg. Gut, dann ist das Camp jetzt leer. Stocherst du gerne bei Frauen in den Brüsten mit dem Sperr rum? Lasst uns mal die Leichen aufsammeln. Und dann? Einmal auf einen gewissen Punkt legen. Achso, du willst sie anzünden, ne? Genau, dann zünden wir die an und dann machen wir uns aus deren Knochen erstmal ein bisschen Rüstung. Ich kann hier, äh, Titten-Else kann ich nie aufheben. Ne, die ist zu. Die ist zu schwer für mich. Warte mal, kann man hier Titten-Else? Warte mal, wo ist meine Fackel? Meine Fackel? Meine Fackel kaputt? Wie, und wenn ich jetzt eine Fackel nehme, wo war denn meine Fackel auf drei? Ja, und dann kann ich die anzünden, oder was? Oh, Tatsache. Ja. Funktioniert aber noch. Da kommt, da kommen, kommen Mannigen an den Rand. Ja, das sind aber die, die nichts tun. Hoffen wir mal, dass sie weiterhin nichts tun. Ah, ja, ich hab ein Knochen schon aufgesammelt. Oh, scheiße, ich hab schon wieder Pillen gepoppt. Was, du hast mir Pillen gepoppt? Ich hab ja meine, meine Medizin jetzt auf eins gelegt. Unsere Gewohnheit ist auf eins immer noch meine Axt. So, wo sieht man denn hier meine Knochen? Da. Äh, Trümmer, Digi, komm zurück. Oh, yeah. Setti? Ja? Was tust du denn da? Ich weiß nur, ich wusste nicht, dass er hier ist. Wir haben keinen Elektroverkommen mehr, ne? In deinen Arsch. Hab ihn. Nice. Ich wollte gerade gucken, wie ich eine Rüstung baue. Äh, vier Knochen, ein Seil, ein Klebeband. Also, ich brauche nur ein Knochen. Okay. Oder wie viel Knochen habe ich hier? Eins, zwei, drei. Ich habe nur drei Knochen. Äh, theoretisch ist es vor mir, wo ich stehe. Ich glaube, hier liegen. Pilz? Nö. Ist nicht schlimm. Hier, da. Wo ist hier da? Ah, da. Ein ganzer Arsch vor Knochen. Da siehst du. Aber drei Knochenrüstung haben nur ein Balkenrüstung, oder? Das ist schon... Ja, das ist ja schon mau. Das ist ja fast unrentabel. Ah, ne, warte, ich muss den Ausrüstung tragen. Was hab ich denn jetzt gemacht? Okay, also pro Rüstungsteilkristle ein Balken. Das ist schon... Handgemachter Bogenknochenrüstung. Mach das weg, Georg. Hä, ich kann keine Knochenrüstung machen. Äh, vier Knochen? Ja, achso, ein Seil. Ein Seil? Und... Also, dann möchte ich das gerne, äh, tragen. Am Wasser lagen noch ganz viele. An diesem kleinen Bach da. Die legen auch noch Knochen. Ja, Seil sind hier noch ein ganzer Arsch voll. Ich muss einfach mal dieses Brackwasser saufen. Also, ich hab noch zweimal rohes Fleisch zur Not. Ah, ich muss auch was trinken. Also, ich muss da immer jetzt ins Brackwasser greifen. Haftbombe-Eklusion, achso, mit diesem Draht können wir nur Dings machen. Ich kann hier gar nichts trinken. Da muss ich nur, ähm, an gewisse Punkte stellen. Das ist wie beim alten Forest auch. Leider. Ich weiß nicht, warum ich eine Glühbirne ausrüsten kann, aber okay. Schatz? Ja. Aber ich kann hier nichts trinken. Dann stelle ich mal hier. Hier. Ich kann da nichts trinken. Dann musst du den Blickwinkel verhindern. Ich kann hier nichts trinken. Ich kann mich hier hinstellen, oder krieg ich mein... Blubblub. Da kann ich trinken. Ja, ich auch. Ich nicht. Ciao. Hier ist ja irgendwo ein kleiner Egon unterwegs. Ich will ihn die ganze Zeit rumblüten. Hä, ist voll witzig, das... Achso, doch, das macht Schaden. Ich dachte gerade, das macht die ganze Zeit keinen Schaden, wenn ich den Kram hier trinke, aber... Habe ich noch genug Pillen? Ah, eine Packung kann ich mir nur drücken. Dann habe ich noch zweimal Pillen, das ist wenig. Ihr habt nicht mehr so viel Pillen, Jungs und Mädels. Ich auch nicht. So, wo sind wir denn jetzt hier? Da, okay. Die Karte konnte man aber nicht größer machen, ne? Nee. Schade. Ich habe wieder sie gekämpft. Okay, wo laufen wir denn wieder lang? Einfach mal hier so... Ich fasse gerade erstmal die weißen Pflänzchen hier um mich rum. Oh, kann man die essen? Ja. Okay. Also, ich hätte zweimal Hasenfleisch. Ich könnte das brutzeln. Denn eh, bevor es vergammelt, soll ich nochmal schnell ein Feuer da rum machen? Aber ich glaube, das vergammelt nämlich irgendwann, wenn man das nicht macht. Aber ich glaube, das Gammeln dauert tatsächlich ein bisschen. Das weiß ich nicht. Oh, wie cool ist das denn? Ich habe es pink gemacht. Was hast du pink gemacht? Mein Licht in meinem Inventar. Ach so. Besegnung ist überhaupt nicht hergekommen. Ich weiß das gar nicht mehr. Ist doch irgendwo ein Weg. Jetzt noch mal einmal Solarfolie. Hm, wäre ein lecker Beinchen aus dem Inventar. Tja, was anderes braucht man es doch eh nicht. Aber ob das so essenswert ist, ich weiß ja auch nicht. Keine Ahnung. Richtig sind hier unten die beiden Hasen. Pfötchen. Da, das eine ist fertig. Das andere auch. Könnt ihr euch nehmen? Ja, dein Hunger sieht ein bisschen so aus aus. Da hinten ist ein Elch. Dann siehst du, dass du herkommst, bevor es verbreitert hat sie. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg, aber da ist ein fetter Elch. Das sieht nämlich so aus, dass das gleich verbrennt. Ich eile, ich eile, ich eile schon, ich eile schon. Oh, oh. Ich schnapp dir die beiden Fleischstückchen und Futter, die. Hab ich. Ja, super. Kann man das Feuer wieder ausmachen? Nee, das brennt weiter, ne? Okay. Aua! Oh, shit, wo kommt er denn her? Wollen wir jetzt zum Elch? Nö, wir haben hier gerade... Nein, er haut kein Elch, Schatz. Besser nicht. Ich muss zweimal springen bei uns, ne? So. Mega. Jetzt ist er tot. Er hat Geld verloren. Was ist hier für einer? Warum hauen wir keinen Elch? Ja, wir werden jetzt mit denen da hauen mussten. Guck mal, Kevin hat es doch gerade niedergeschlagen. Hätten wir den dann versterben lassen? Er brennt. Feuer rauskommen. Hier ist noch irgendwo ein Schreichhals. So, Kevin, lauf nicht wieder ins Feuer, sonst muss ich dir eine drücken, ey. So. Ey, hier laut Karte ist ja hier so ein kleiner Schleich, wie jedes Landesinnere. Ja, das könnte sein. Hier ist eine Pflanze. Oh, hier ist Wasser. Das kann man bestimmt auch wieder nicht trinken. Boah, hier sind ganz viele Fische. Wollen wir mal eine Fischfalle versuchen? Wollen wir die da hinbauen können? Ich gucke mal kurz. Ich glaube, da braucht man ein bisschen flacheres Gewässer. Ich gucke mal kurz, wie die geht und dann gucke ich mal, ob wir die hier irgendwie positionieren können. Das würde mich total interessieren, nämlich. So, und dann war das nicht Möbel, sondern Fallen. Äh, wo drunter habe ich das hier nochmal gefunden? Versorgung, Ofen, Vogelhaus kann man bauen. Da, Fallen. So, das ist Kleintierfischfalle. 25 Stöcker brauchen wir. Oh ja, die kann man hier ins Wasser setzen. Ja, und Platz hier? Hab ich. Jetzt brauchen wir nur noch. Oh, gar kein mehr. Dann fertig. Oh, ich hätte die vielleicht andersrum positionieren sollen, aber egal. Oh je. Ich bin gespannt. Autsch. Habt ihr tot? Nee, 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 nee. Ich hab mir schon wieder Brackwasser gesoffen. Oh. Ich bin gespannt, ob da welche reingehen. Oh, ich muss die Pillen wieder von eins runternehmen. Hm. Ah, ist nicht schlimm. Hab keine mehr. Ups. Das Problem ist jetzt natürlich, wir können ja jetzt hier nicht so die ganze Zeit stehen bleiben. Und das war, glaub ich, ne dumme Idee. Ich glaub, das macht später erst Sinn, wenn wir irgendwo eh so ein festes Plätzchen haben, wo wir chillen wollen. Wir finden... Weißt du, dass da auch schon ein Fisch drin ist? Nee, wir finden ja hier nie wieder zurück. Weil ich glaub, das wird nicht auf der Karte angezeigt, dass wir da was hingebaut haben. Oder? Ja, doch. Nee. Da ist das Lager. Bei mir auf der Karte sehe ich jetzt quasi nur diese komischen, äh, äh... Das Lager, ja. Ich rede, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Kann ich das wieder abreißen? Nee, das kann man manchmal mal wieder abreißen. Das ist ja blöd. Egal, Stöcker finden wir immer mal wieder. Ja. Das war eine dumme Idee. So. So, wir haben einen Stöcker vor, aber ich habe einen Stöcker aufgefüllt. Aber ich habe einen Stein. Wir haben eine Weile. Wir haben eine Weile. Ich habe einen Schildkrötenpanzer brauchen wir für den Regenfänger. Mhm. Da steht, wir haben eine Weile. Mhm. Da steht, wir haben eine Weile. Da geht es am Meer. Dreckwasser. Äh. Aber egal, dafür ist man ein Ding jetzt endlich voll und hört auf zu blinken. Wir haben eine Weile. Ja. Wir haben eine Weile. Wir haben eine Weile. also hier wo ich jetzt gerade bin ich glaube ich bin ein bisschen weit weg von euch habe ich ein kleines lager gefunden aber ich bin nicht wirklich weit hinter dir der bautilivien es ist ein kleines lager ein kleines lager wir sind hier Hallo Virginia Ich bin eigentlich hier auch nur lang gelaufen, weil ich da hinten eben also auf der Karte eine Höhle gesehen habe Wo wir glaube ich noch nicht waren Jetzt bist du ja schon voll an Solarmodulen Ja bin ich auch Ich weiß gar nicht was wir damit machen können die können wir glaube ich einfach später aufstellen Strom zu generieren oder so Also ich würde erstmal sagen um Dings zu machen Licht oder Strom so Weil so kann man die kann man ja nicht kombinieren Die kann man nur ausrüsten Wenn ich mich recht entsinne gab es die auch damals als das Spiel rausgekommen ist und ich angefangen habe da ein bisschen reinzuschnippeln Gab es die noch gar nicht Schon wieder ey So Ist wieder dunkel Ich gehe in den Haken aus hier Ja ich würde Ach ne wir können ja hier sogar in den Zelten pennen Ja Ich würde erstmal speichern auf jeden Fall Und dann warte ich Achso Können wir schon pennen? Das weiß ich gerade gar nicht Ja können wir Ja können wir Guten Abend Buuuu Ich mach sofort Ich bin ein bisschen später als ihr hier angekommen Jetzt häng ich fest Hast du etwa wieder gedampft? Ja Oder heimlich masturbiert Ja Beides Hehehehehehehehehe Ist auch zu schreien Ich bin euch ja mega im Ursch hier Ich sauf jetzt mich voll mit dem Brackwasser ist mir egal Das hab ich auch eben schon die ganze Zeit gemacht Äh ja ich muss die Story leider neu machen Buu weil Äh die Die wir zusammen gezockt hatten War auf meinem alten PC Und ich hab vergessen die zu sichern Die ist weg Das heißt ich musste die neu anfangen Ja Aber wir haben tatsache hier noch gar nicht Oh Rahm Nudeln hab ich gefunden Äh noch gar nicht viel gemacht Wir laufen hier nur